Soll ich mit Kappe oder ohne? Ah ja. Es geht eigentlich um eine relativ junge Familie, also um den Johannes und um Käthe, die seit kurzem ein Kind haben, also ich glaube seit drei Wochen ungefähr, also noch ein Neugeborenes. Und mit dabei ist noch die Mutter von Johannes und eine sehr enge Freundin und relativ schnell kommt dann eine neue Figur, eine neue Person dazu, eben der Arno. Und der verändert so ziemlich alles, also die ganze Konstellation kommt ins Wanken und der Hannes beginnt mit ihm eine sehr enge Freundschaft, die auch viel mit seiner Arbeit zu tun hat, also er ist Schriftsteller. Und daraus entsteht dann irgendwann eine Liebe und eine Leidenschaft und das bringt so ziemlich alles ins Wanken. In unserer Arbeit aktualisieren wir es ja in einer gewissen Form, indem wir die Besetzung etwas verändert haben, aus der Anna, die zu dieser Familie Foukerat, die wir darstellen und unser kleines Kind kommt, wird ein Arno, also ein Mann. Und dadurch verändern wir den Hauptmann insofern auch ein bisschen und passen ihn etwas mehr an unsere Zeit an. Aber die Konflikte und Themen und die Sehnsüchte dieser Figuren sind so universell und vielschichtig, dass sie, glaube ich, zeitlos sind. Ich sage zu dir und du sagst zu mir. Eigentlich eine Medizinstudentin gewesen, hat aber während des Studiums irgendwie nicht so richtig Fuß gefasst darin und hat es dann irgendwann auch abgebrochen in einer Phase, wo wir uns schon kannten und bei mir ist es quasi erfolgreich, gerade mit dem ersten Roman durch die Decke ging. Jetzt erzähle ich. Ja, das erzählst du dann. Aber ich, ja, okay. Sie kommt nicht aus einer einfachen Familie. Und ja, was kann man noch sagen? Wir haben dieses Haus am See gekauft, in dem wir jetzt wohnen. Und was uns nicht nur Freude macht, sag ich mal, auch ein bisschen unter Druck setzt, weil es natürlich abbezahlt werden muss und so. Ja, das ist so. Weiß nicht, reicht das schon? Ja, ich glaube. Jetzt versuche ich mal. Also du spielst Johannes Forkerath, ein sehr erfolgreicher Schriftsteller und jetzt steht Hannes an einem Punkt in seinem Leben, wo er eben die Familie, die junge Familie hat, dieses große, wahrscheinlich sehr teure neue Haus, was auch irgendwie abbezahlt werden muss. Und eigentlich müsste jetzt der zweite Roman folgen. Und das ist das Problem, weil er gerade irgendwie nicht weiß oder noch nicht genau eine Ahnung davon hat, wie dieses zweite Buch aussehen soll beziehungsweise damit noch nicht so zufrieden ist mit seinen Entwürfen und in einer extremen Schaffenskrise ist. Ja. Oder? War das ganz gut, oder? Ja. Wollen wir nochmal klatschen? Es gibt eben diese Veränderung in der Besetzung, die dazu führt, dass es, anders als bei Hauptmann im Original, weniger um so eine Konfrontation zwischen zwei Frauen, die um einen Mann kämpfen geht, sondern bei uns geht es vielmehr um die Fragen, was ist eigentlich Liebe zwischen zwei Menschen, wie äußert die sich, ist es möglich, auch zwei Menschen gleichzeitig zu lieben, die nicht Konkurrentinnen und Konkurrenten sein können. Also mit Daniela zusammenzuarbeiten ist insofern für Schauspielerinnen und Schauspieler, die Lust haben auf Figurenarbeit und auf intensivste Auseinandersetzung mit einem Text und mit einer Figur und mit einer Situation und mit Sprache und mit all dem Ganzen, was Theater auch ausmachen kann, ist, glaube ich, kann man sagen, ein absolutes Geschenk, weil sie einfach wahnsinnig genau ist, wahnsinnig gut vorbereitet und dann aber die Möglichkeit einem gibt, wirklich gemeinsam etwas zu entwickeln, was dann am Ende, und so ist das, finde ich, bei der Arbeit jetzt schon spürbar, auch was wird, was wirklich einem auch gehört als Spielerin oder Spieler. Und das ist sehr besonders und sehr toll. Also ich kann mich dem komplett anschließen, also unterschreibe ich. Und ich würde noch dazu hinzufügen, dass ich, also ich mag beides, diese Strenge und gleichzeitig aber auch das Einfordern der eigenen Freiheit und sich das einfach zu nehmen und auszufüllen und Spaß zu haben. Also das Bühnenbild lässt sich, glaube ich, so beschreiben, ist fast, glaube ich, wie so ein Weg, bei dem das Bühnenbild geht. Ich glaube, es beginnt eigentlich mit einem, wie eine Art von Schatten oder Zitat eines großbürgerlichen Anwesens, in dem, das ist schwarzer Lack, so fast wie, so, ja, einfach fast wie zugelackt und Treppen, die eine Größe eines Hauses irgendwie suggerieren, die aber so ins Nichts führen. Also es ist so, es zitiert so, es gibt ein Klavier, ja, also so Dinge, die man halt so in so einem Haus sich so anschafft. Plattenspieler. Plattenspieler, so, ja. Und führt dann aber eben auf diesem Weg und über diesen Abend immer mehr in so einen surrealen, fast Innenraum dieser Figuren, ja. Und das passiert über das Element des Wassers und es passiert über, auch, über, glaube ich, Ton und Musik. Aber es ist quasi, es hebt immer mehr ab zu einem Raum, der nicht real ist und trotzdem eine Realität hat, also für alle diese Figuren. Ja, und der Raum gibt uns Spielern viel Energie zurück. Also das finde ich auch so besonders, dass es eben, der Raum reagiert auf das Spiel, was wir betreiben, auf die Phasen, die unsere Figuren durchlaufen. Und eben in dem Moment, in dem das surrealer wird oder sich demontiert, zeigt sich das auch wiederum in den Figuren oder andersrum. Es ist so ein Wechselspiel und am Ende ist es lange nicht mehr derselbe Raum wie am Anfang. Also es ist ein komplett anderes Gebiet, auf dem wir stehen plötzlich. Also es lohnt sich allein schon für die Bühne. Auf jeden Fall, oder? Ja. 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 Ja.